Bevor wir jetzt weitergehen zu den Lightning Talks, würde ich gerne den Doron Goldfarb auf die Bühne bitten. Und zwar, der Grund ist ein wenig ein trauriger. Armin Medosch ist am 23. Februar 2017 gestorben, ist ein österreichischer Medienkünstler und freier Journalist gewesen und gilt als, oder galt als einer der Pioniere in der Netzkultur in Europa. Und ich übergebe an den Doron Goldfarb, um ein bisschen über den... Ah, was projizieren! Okay, ja, gerne, dann warten wir noch ein bisschen. Zwischen kann ich die Alternative zu Google, Windows und den sonstigen ansagen. Ein Jolla-Handy, wie ich es da gerade in der Hand habe. Wenn ihr euch beeilt, kriegt es noch. Bevor die Firma möglicherweise pleite ist. Und vielleicht sodium. Und dann machen wir breakthrough. Und dann werfen wir noch.